Willkommen bei The Lately Show. Wir schauen Dienstag einmal auf das erste Jahr der Großen Koalition Nummer 3, die ja so wirkte wie Mutter und Vater, die sich eigentlich darüber einig sind, dass das Ganze hier nicht mehr funktioniert, aber es dann trotzdem irgendwie doch gemeinsam weitergehen muss. Und so wurde aus Mutter Merkel und Vater Schulz dann schnell Mutter Merkel und Mutter Nahles. Also wurden sie von zwei Frauen angeführt … und Horst Seehofer … also nur von zwei Frauen. Und sogar noch progressiver wurde es, als im Dezember 2018 dann mit Annegret Kramp-Karrenbauer noch eine dritte Frau dazukam. Ok, Markus Söder hat dann den Horst Seehofer ersetzt, aber trotzdem änderte sich eigentlich nichts daran, dass wir von drei Frauen regiert werden. Das hat sogar mal keinem wirklich wehgetan. Und nicht vergessen am Freitag dann wieder unsere Lately News, denn als andere da draußen sind ja bekanntlich nur Fake News. Eine schöne Woche und viel Glück da draußen. Beide ich, dass wir die Lately wieder an den Beex empfehlen wollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.